salut pilot willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal einmal mehr gibt es ein kleines gewinnspiel für euch ich mag es mit euch zusammen etwas zu erleben und mich durch eure ideen und einfälle unterhalten zu lassen dieses gewinnspiel dient dazu meinen discord server zu promoten das bedeutet dass ausschließlich abonnenten die sich auf meinem community discord server befinden an diesem gewinnspiel teilnehmen können das ist natürlich schade für all jene die kein discord haben oder haben dürfen weil sie noch zu jung sind aber seid nicht traurig gegen ostern gibt es ein gewinnspiel mit einem wirklich saftigen preis an dem wieder alle teilnehmen können solltet ihr euch noch nicht auf meinem discord server befinden werft einen blick in die video beschreibung dort habe ich den discord server verlinkt sollte der link nicht oder nicht mehr funktionieren dann gebt mir in den kommentaren bescheid ich schicke euch dann einen aktuellen link als antwort auf diesen kommentar nun zum gewinnspiel das gewinnspiel heißt mech arena hunger contest dieses mal besteht eure aufgabe darin einen hunger zusammenzustellen der optisch besonders viel her macht welche mechs ihr nehmt so wie ihr sie anordnet ob ihr ihnen seltene episch oder legendäre skins gebt oder ob ihr eure mechs einfach nur mit farben lackiert bleibt vollkommen euch überlassen wichtig ist nur dass die anordnung eurer mechs welche waffen und farben sie tragen und wie sie lackiert sind ein harmonisches gesamtbild ergeben habt ihr euren hunger entsprechend zusammengestellt müsst ihr ein screenshot davon in den raum ma hunger contest hochladen gebt dabei bitte eure spieler id an damit ich falls ihr der glückliche gewinner seid euch den preis gut schreiben lassen kann apropos preis was gibt es eigentlich zu gewinnen gibt es 2000 coins für den ersten und jeweils 500 coins für den zweiten und dritten platz ein auflösungsvideo auf youtube wird es nicht geben die auflösung des gewinnspiels findet auf dem discord server selbst statt die auszahlung des preises findet wie immer ende des monats beziehungsweise anfang nächsten monats statt und das gewinnspiel selbst läuft bis zum 18 februar 0 uhr nun denn meine freunde lasst eure fantasie spielen nehmt die spray dosen in die hand oder wählt eure skins lasst eure fantasie freien lauf und staubt die 2000 coins ab wir sehen uns dann auf discord und bis dahin macht's gut und macht sie fertig